Hallo und herzlich willkommen bei tariftip.de. Wir haben heute auf der CeBIT die Möglichkeit uns bei Acer das neue Acer Liquid M220 anzuschauen. Das ist ein Smartphone mit Windows Phone 8.1 Betriebssystem, das in Kürze auf den Markt kommen wird für eine UVP von ungefähr 90 Euro. Gesteuert wird das Acer Liquid M220 über ein Display mit einer Diagonalen von 4 Zoll, wie wir hier sehen, also ist das ganze recht kompakt gehalten. Gesteuert wird das Acer Liquid M220 von einem 1,2 GHz schnellen Dual-Core Prozessor. Der Arbeitsspeicher bei diesem Gerät in der Plus-Variante ist 1 GB groß, in anderen Ländern gibt es auch eine Variante mit nur 512 MB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher des Acer Liquid M220 ist 8 GB groß. Wir können allerdings auch Micro-SD-Karten einlegen, wie wir hier sehen. Betrieben wird dieses Gerät mit einer Micro-SIM. 32 GB ist übrigens die Micro-SD-Karte, die wir einlegen können. Kommen wir noch kurz zum Akku, der hier manuell entfernt werden kann, die hat eine Kapazität von 1300 mAh. Trotz des niedrigen Preises von ungefähr 90 Euro haben wir hier eine 5 Megapixel Kamera an Bord, die unterstützt wird von einem LED-Blitzlicht, wie wir hier sehen. Außerdem haben wir auf der Vorderseite noch eine zweite Kamera an Bord, die eine recht anständige Auflösung von 2 Megapixel hat. Mobil im Internet surfen kann das Acer Liquid M220 via HSPA Plus mit bis zu 21 Megapixel pro Sekunde. Außerdem ist natürlich bei diesem Einsteiger-Smartphone auch eine WLAN-Schnittstelle mit an Bord. Mal Andre, es geht um das Acer severo schon mal rein? Aufprage 노력ạ pas das Acer ! Aber dabei� rätざ Wah 9-oshi-Acer assistants gesehen!